Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Skyrim Special Edition mit Chazia, meiner Goldenen Heiligen. Ich bin hier nochmal in diesem Hügel-Craft, wo wir die beiden Schwärter geholt haben, die Chazia gerade in der Hand hat und habe einen neuen Screenshot gemacht. Ich fand den anderen Screenshot in meiner Werkstatt irgendwie nicht so richtig gelungen. Das hier ist besser, das gefällt mir besser. Das kann man als Desktop-Hintergrund lassen. Jetzt tun wir das Interface wieder zuschalten. Falls euch das Motiv auch gefällt, könnt ihr ebenfalls einen Screenshot machen. Und das als Desktop-Hintergrund verwenden oder für was auch immer. Wir machen weiter in Solstheim heute. Was ist ein geistiges Gift? Malus? Mavensch, warte. Ne, das will ich jetzt nicht machen. Nachbeben. Himmelsund. Geht's hier irgendwo weiter. Das Schicksalerskarl, das machen wir. Genau. Da gehen wir jetzt hin. Skaldorf ist auch gar nicht weit weg. Oh, hier sehen wir nochmal die Schatzkammer. Da hat es ja Massen von Gold gegeben. Wie viel haben wir denn inzwischen? Ich glaube, wir hatten vorher 710.000 oder so. Dürften so um die 20.000 Gold gewesen sein, die da einfach so rumliegen. Ja, ich hatte in der letzten Folge kurz gezeigt, wie viel Gold ich hatte, bevor ich es aufs gesammelt hätte. Wenn es jetzt wirklich jemandenrennen interessiert, man könnte das ja nachrechnen. Ich war noch nicht entrümpeln. Ja, das heißt, wenn ich jetzt das Zeug noch verkaufe, das ich erbeutet habe und das dazu rechne, dann sagt das ziemlich genau aus, was man auf die Weise insgesamt verdienen kann. Ich bin direkt hinter euch. Und wenn ihr das verrechnet mit dem, was ich jetzt habe, dann seht ihr, was da allein am Boden herumgelegen ist. So, Skaldorf. Ja, früher oder später werden sie in Elder Scrolls Online auch nach Solstheim müssen. Aber ich frage mich, wie sie das dann umsetzen. Weil wenn ich an das alte Morrowind denke, das ja 800 Jahre nach Elder Scrolls Online, also vor, von jetzt aus gesehen, vor 200 Jahren spielt, da war ja hier auf Solstheim so gut wie nix, ja, nur, wenn er mal Rabenfels stand da, da waren einfach nur Steine und dann stand da Rabenfels und, äh, keine Ahnung, das war also, Solstheim war völlig unterentwickelt. Und wenn jetzt da tausend Jahre früher vor Skyrim, plötzlich, plötzlich, ja, ich schreckt, plötzlich ein Haufen Zeug auf Solstheim ist, dann ist das eigentlich, schwer mit Logik zu erklären. Ihr habt gesiegt. Ich kann es spüren. Die Luft hat sich verändert. Wir sind sicher. Also wart ihr erfolgreich. Euer Volk ist frei. So ist es. Ihr habt euch als wahrer Verbündeter der Skald erwiesen. Daher sind auch die Skald eure Verbündeten. Was machen wir jetzt? Wenn ihr den Windstein befreit und den Bann über mein Volk gebrochen habt, könnt ihr für den Rest von Solstheim vielleicht das gleiche tun. Damit werden wir Miraak nicht gänzlich aufhalten. Aber vielleicht können wir ihn etwas bremsen. Das reicht nicht. Es muss Miraak sofort aufhalten. Dabei kann ich nicht helfen. Niemand hier kann das. Ihr benötigt das Wissen, das Miraak selbst erlernt hat. Ihr müsst mehr über dieses schwarze Buch herausfinden. Erzählt mir mehr über dieses Buch. Das war in Miraaks Besitz. Es sieht nicht aus wie etwas vom Drachenkult. Es ist ein finsteres, unnatürliches Ding. Ich will nichts damit zu tun haben. Aber der Zauberer der Dunkelelfen, Neloth, er kam vor einiger Zeit zu uns und fragte nach schwarzen Büchern. Ich glaube, dass er sehr viel über sie weiß. Vielleicht sogar zu viel. Sucht ihn im Süden. Seid vorsichtig, Drachenkult. Hier ist etwas anderes am Werk. Abgeschlossen. Das Schicksal der Skull. Gut, was wisst ihr über die schwarzen Bücher? In unseren Traditionen werden sie nicht erwähnt. Aber sie und Miraak sind miteinander verbunden. Wenn ihr ein schwarzes Buch gelesen habt, habt ihr ihn gesehen. Und die Macht des Buches stammt aus der gleichen dunklen Quelle wie die, die den Windstein korrumpiert hat. Aber seid auf der Hut. Ihr geht jetzt den gleichen Weg wie Miraak. Wieso glaubt ihr, dass dieser Neloth mir bei der Suche nach den schwarzen Büchern helfen kann? Er sucht ebenfalls nach ihnen. Er hat sogar schon eins gefunden. Er hat es mir gezeigt, als er jeher kam. Es ähnelte dem, dass ihr in Miraaks Tempel gefunden habt. Eine Schöpfung dunkler Magie. Und was wisst ihr über Miraak? Das meiste Wissen um ihn ist mit der Zeit verloren gegangen. Er war ein Drachenblut. Doch diente er den Drachen. Ein Priester ihres Ordens. Hochgeschätzt. Und sehr mächtig. Dann wandte er sich gegen sie und wurde zu etwas, was sie fürchteten. Er wurde vor langer Zeit besiegt. Aber offenbar nie vernichtet. Und was ist geschehen, als ich den Bindenstein angeschrieben habe? Die Macht des Steins wurde korrumpiert. Das war die Quelle des Einflusses, der die Skal überwältigt hat. Euer Schrei brach das Böse, das den Stein kontrollierte. So wurde seine wahre Bestimmung als Überbringer der Gaben des Allschöpfers wiederhergestellt. Die Befreiung der anderen Steine mindert den dunklen Einfluss, der sich auf Solstheim ausbreitet. Andere Steine? Ja. Es gibt sechs heilige Steine. Wind, Wasser, Erde, Tier, Sonne und Baum. Sie bewahren die Einheit des Landes. Freya sah, dass der Baumstein jetzt in Miraaks' neuem Tempel eingesperrt ist. Ich bezweifle, dass ihr ihn befreien könnt, bevor seine Macht nicht gebrochen worden ist. Doch ihr könnt vielleicht die anderen Steine läutern. Auch wenn das Miraak nicht aufhalten wird, wird es seine Rückkehr sicher verzögern. Äh, oh Gott. Wer oder was ist der Allschöpfer, das ist Akkadusch, oder? Ihr seid ein Fremdling. Ich weiß nicht, ob ich es euch erklären kann, aber ich versuche es. Der Allschöpfer ist der Schöpfer aller Dinge. Wow. Er sorgt dafür, dass das Leben wie ein großer Strom fließt. Wie alle Flüsse ins Meer zurückkehren, kehrt auch alles Leben irgendwann zum Allschöpfer zurück. Unsere Sitten mögen euch fremdartig vorkommen. Doch die neuen Götter des Kaiserreiches sind für uns ebenso fremdartig. Ja, und welche Rolle spielt ihr mit dem Skal? Ja, der ist, ähm, ja, wir sollen das gleiche erklären. Ich bin von Skaldorf, bin ich Berater und Heiler und bewahre die Traditionen. Ich erinnere die Skal auch daran, im Einklang mit der Natur zu leben und den Willen des Allschöpfers zu ehe. Nur so sind sie ihm todwürdig, an seine Seite zu treten. Gut, was soll ich denn eigentlich jetzt alles genau machen? Ich soll mit Nelon sprechen, ganz einfach. Und ich soll die Steine läutern, das können wir eigentlich, die Rad mal übernehmen. Das mit den Steinen, das ist, äh, ja, wichtig. Das haben wir schon. Hier drüben ist der nächste, da haben wir sogar einen Teleporterpunkt. Ja, ich habe ja schon einiges erkundet. Das macht die Sache natürlich leichter. Ähm, ich sollte eigentlich mit dem Zweihänder trainieren. Da gibt es noch einiges aufzubauen an Skillung. Das machen wir auch. Auch wenn ich jetzt die Spezialwaffen da habe, trotzdem. Ich muss Skylander, äh, Sky, Skylander. Zwei, Pender, Leveln. So, hinter. Gut. Dann brauche ich noch Willen beugen, ne? Wenn ich mich noch richtig erinnere, schreie. Willen. Beugen. So, und ihr, Dumpfbacken, ha? Und wenn die Welt sich erinnert. Das ist eine Nord, oder? Jo. Die sind aus, sind die aus. Dann ist es um diese Welt geschehen. Hier, in seinem Schrein. Gut, dann. Den sie vergessen haben. Na, komm. Mietz, 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 wo ist es denn? Ja, man. Genug. Ne, ne, der hat noch nicht genug. Der verdreckt noch was. Und hau drauf. Einer noch, komm. Gesundheit ist gut. Das langt. Hasta la vista, baby. Kommt da jetzt gerade noch ein Drache vorbei? Biss ja neckisch. Ja, ja, genau. Jemand muss was unternehmen. Ich arbeite dran. Also, in Geduld. Tatsächlich ein Drache? Schick. Hilfe. Ja, ja, Hilfe. Wer ist da? Das ist ein hervorragender Punkt, um ihn zu bekämpfen. Direkt unter ihm. Das hat sich so an oder nicht, glaube ich. Da kommen sogar die Riechlinge zu Hilfe. Drachen-Dok, Drachen-Schuppen, Gold-Eisen-Rüstung. Oh, ich muss entrümpeln. Das hilft nix. Da muss ich jetzt mal kurz meinen Schmuck ändern und Chiups' Locke anlegen. Wo sind sie denn? Ich glaube, da Locke von Schutzpatron und Chiup und schon taugt das wieder ein Moment. Hey, was? Da mische ich mich jetzt nicht ein. Was? Hä? Was ist jetzt los? Ich wollte der Riechlinge eigentlich nix tun. Irgendwie mag ich ihn sogar. Ist das jetzt ein Drang, Christa? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Riechling, Krieger, Acht Gold. Hör, die Ernsten. Das ist jetzt... Nicht schön. Hätte ich gern anders gehabt. Und wer hat denn da jetzt dauert diesen... Wul-Kardin gesprochen? War das einer von euch? Passt mit diesen Flammen auf! Wir sollten jetzt auf unser Schiff kursieren. Der Weg von hier nach Windhelm ist lang. Ja, genau. Deswegen gehe ich auch erstmal nach Rabenfeld und nicht nach Windhelm. Und sag dafür, dass ich wieder... Platz im Inventar habe. Aber stimmt. Von hier aus ist Windhelm die nächstgelegene Stadt in Himmelsrand. Das stimmt. Jo, armer Riechling. Irgendwie, das... Tut mir jetzt direkt leid, dass die... Ja. Die wollten mir helfen, gegen einen Drachen zu kämpfen und... Nachdem die Aschenbrot erledigt ist, kann ich meinen Männern die verdiente Rastgalle. Gut gemacht. Ihr wart ein guter Freund für mich. Das bedeutet mir etwa... Ja, mir bedeutet das, dass ich bei dir was verkaufen kann. Klingen wie Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Und dabei kann ich nebenbei auch wieder Redekunst hochleveln. Was gibt's denn? Die Ebenherz-Kriegssachse, die wiegt viel und... Oh. Das Ding, den Elfendolch und schon geht wieder ein bisschen was. Das hat allein schon deshalb ein bisschen was gebracht. Die Riechlingssperre, die behalte ich. Die brauche ich noch für eine Quest. 100 Stück davon oder so. Ähm... Eisenrüstung der geringen Gesundheit. Wiegt 30 und... Bringt nicht viel... Auf meinem Level. Feldschild... Jo. Sonstiges... Ebenherz-Kriegssachse. Gut. Momentan kann ich bei dem ja nicht alles verkaufen, weil ich meine Redekunst länge in der gemacht habe. Tja, womit kann ich dienen? Hier gibt's alles... Das, was ihr hier seht. Ich werde dem auf jeden Fall die Drachenknochen verkaufen. Ich habe genug von den Dingern und ich will jetzt nicht extra in meine Haus reisen, nur um die abzulegen. Der Nachschub an Drachenknochen ist ja kein Problem. Die gehen mir auch so schnell nicht aus. Weg mit dem Ring. Mit den Kultisten-Gedöns. Jawoll! Redekunst auf 29. Die Meisterroben behalte ich natürlich. Das kann er haben. Oh, wieso schleppe ich denn das noch mit rum? Naja, wiegt nicht viel. Das stört mich jetzt wenig. Ähm. Rolle des Feuersturms. Wackerfleisch kann er auch haben. Bücher. Zauberbuch, Eichenhaut, joo. Hä? Habe ich jetzt da Mist gebaut? Eigentlich nett, oder? Ach, ich nehm's nochmal zurück. Bevor mir das dann irgendwo fehlt, das irgendeinem Grund wiegt ja nix. Horkazahn weg. Den weg. Teller weg, da hab ich bestimmt ne Riegling abgenommen jetzt. Wir haben so Klumpen bei sich. Und wie schaut's aus mit meinem Inventar? Wenn ihr Vorräte braucht, wisst ihr, wo ihr mich findet. Ah ja, ich hab ja... Oh, ich verstehe. Ich muss doch nochmal... Äh, ja. Ich lege das jetzt... Ich hab nämlich noch, äh, ein Haufen Ebenerzbarren und so Zeug dabei. Das wiegt natürlich auch was. Aber das lege ich jetzt mal hier im Sinne der Anwesen ab. Das kann ich... Das kann ich, äh, ja. Ein andermal... Aufräumen. Ich reise jetzt nicht extra zum Haussebeling. Ich hab zwar einen Teleporter da, das wär jetzt nicht so schlimm, als wenn ich da... Ähm... Ja, wer blöd, wenn der schmiedet, soll ich, dass irgendein Grund verloren geht, weil ich nicht auffasse. Also weg damit. Jeder Stiefel, die kann ich noch verkaufen. Die Goldene Halskette auch. Ja, jetzt müsste ich doch eigentlich langsam sauber sein. Warum schlepp ich denn immer noch 500 mit mir rum? Okay, ich schlepp... Ich schlepp' einen Haufen Ausrüstung mit mir rum. Aber... Oh. Lustig. Bei Katana. Gut, hilft nix. Ich könnte auch die Pause-Taste drücken und das Offscreen machen. Aber nein, das mach' ich jetzt mal nicht. Das gehört auch zum Spiel, sowas. Äh... Nächstes Mal kann ich ja wieder die Pause-Taste drücken, wenn ich verkaufe. Aber so ab und zu. Wie gesagt, das gehört auch zum Spiel. Und ich möchte das nicht immer ausblenden. Wenn ihr was kaufen wollt, seht es euch an. Ich will was verkaufen, und zwar die Lederkleidung, die ich eben noch gesehen hab'. Die kann ich nämlich gar nicht verkaufen. Okay. Aber bei... Ja, das liegt wie gesagt an Redekunst, ne? Ihr seid auf dem richtigen Weg, seid ihr die Minen wie... Glover Mallory heiße ich. Die besten Waffenrüstung. Nehm... Nehm... Auch nicht. Was ist denn? Ja... Brutsch da halt nicht. Bringt mir eure Waffen und Rüstung. Ich repariere sie euch. Und du nimmst nur Alchemie-Zutaten im Moment, oder? Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert. Ähm... Mehr oder weniger... Ich mein, die... Die Tränke, die ich mit mir rumschleppe, und die Zutaten wiegen ja auch ein bisschen was, ne? Aber gut... Wir geben uns mit dem zufrieden, was wir jetzt erreicht haben. Für den Moment. Hau... Kann ich vielleicht schon... Ne, warte mal... Kann ich vielleicht schon wieder Redekunst etwas... Skillen? Ich hab mir diese vier Punkte extra aufgehoben. Ja, da geht wieder was. Was ist das? 10% bessere Preise, beim anderen zu schlecht. Und da komm ich erst, wenn ich Redekunst zu 50 hab, wieder hin. Da geht nix. Ich sollte dann offscreen mal einen Redekunsthändler aussuchen. Mal gucken, ob ich da was machen kann. Jetzt gehen wir aber zum nächsten Stein. So, der ist ja gleich da um die Ecke. Hätte ich auch zu Fuß hingehen können. F5 Jo, wir kennen das schon. Hier sind jetzt die ganzen Nasen aus... Aus Rabenfels sogar die Wachen. Jo, ist ja echt gruselig. Da haben wir den Hafen. Das ist ja... Das ist eigentlich ein toller Anblick, ne? Wenn das Wetter mal besser ist, mache ich mir davon ab, dass wir den schon nicht merken. Merk mir das mal. Na komm. Und? Peng! Und? 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 Bisschen schwerfällig der Zweihänder, aber da muss man ruhig Kritischer Schlagfliegen Was brüllt denn da noch? Ich möchte mich heilen und so zu muckeln, ist das zu viel verlangen? Wenn euch etwas Verdächtiges auffällt, meldet es umgehend, Hauptmann wählt Wenn ihr die Aschewüste bereist, solltet ihr auf den Boden achten Die verdammte Aschenbrot springt euch wie aus dem Nichts an Genau, die springt uns an Das wäre aber auch mal ein Screenshot wert Aber nicht bei so einem Sauwetter, da siehst du ja gar keine Details Man möchte am liebsten mal rüber reisen Ich habe das ja schon mal gemacht und es geht, wenn man die Zietkonsole bemüht Da drüben ist aber nichts Man kann bis zum Vulkan fort, das geht also auch Und wenn man dann nach oben geht, dann sieht man, dass im Grunde Morrowind auch grob ausgearbeitet ist Aber man hat nichts davon in Skyrim Wenn man da hinreist So, da haben wir noch gar keinen Teleportpunkt Das macht nichts Waffen, die von der Dämmerwacht verwendet werden, erzeugen zusätzlichen Schaden, wenn sie Vampire angreifen Achso, ich kann... ich muss meinen Schmuck austauschen Ich mache mit dem Zweihänder weniger Schaden als ich könnte Ich mache mit dem Zweihänder Bekleidung Zerstörung Illusion Krieger Kette Schütze Genau das hier Das ist also Bögen und beidhändige Angriffe Und das ist leicht und schwere Rüstung mit verbessert Und außerdem noch Die ätherische Krone Ach, ein Amulett Könnte ich noch anlegen Hm, 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 hm Diadem Diadem, 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 Diadem Diadem Habe ich mir etwa noch gar keine Amulette hergerichtet? Das wäre ja ein richtiges Versäumnis Da sollte ich mal dran arbeiten Doch da, Magierkette Kriegerkette Ja, dann passt's ja Hätte mich auch sehr gewundert, wenn ich das vernachlässigt hätte Ja, ist er ja schon Und hier haben wir die Leute von Tel mit drin, oder? Was bei Tage gestohlen wurde Gesetzloser, also die spannen sogar die Bank in der Gegend ein Okay Gut Jetzt werden wir mal sehen, ob die Plünderer auf unserer Seite kämpfen oder nicht Am besten geht er einfach auf den Seiten Ich traue mir jetzt ja gar nicht einzugreifen, weil ich nicht in den Fallschrift bin Ich glaube, ich halte mich jetzt da mal zurück Nicht, dass ich irgendwas mache Oh, jetzt kann ich mal draufhauen, jetzt ist er separiert Gewöhnlicher Seelenstein, Netsch, Lederling, äh, Flinkenfinger und so weiter Sollten da jetzt nicht drei kommen? Also der Gesetzlose ist momentan friedlich Ja, ich würde es dir erklären, aber ich weiß nicht, ob du das verstehst Kann ich mit dir reden? Nö, ja, ich kann antworten Ich bin direkt hinter euch Ja, ich brauche etwas, Informationen zu verstellen Sehr unfair, dass die immer das gute Zeug nehmen Ähm, läutere, ah, einer fehlt noch Gut Nee Ich glaube Ja doch, ich komme von da aus wahrscheinlich am ehesten hin Gut Das Artefakt Wohlendrung, auch als Hammer der Macht bekannt Wurde von einem alten Tewemann in einem längst vergessenen Zeitalter geschmiedet Hab ich da schon mal danach besucht? Doch nun wirkt er durch sie Doch nun wirkt er durch sie Und wenn die Welt erst hört Ja, ja, genau Und wenn die Welt erst hört Dann haben sie alle Hörgeräte oder was? Hier gibt es einiges zu erkunden Und das ist nicht mal weit weg Ich traue mir wetten, dass ich bei der Hütte einen Anhänger der Handelsgesellschaft Der Kaiserlichen Handelsgesellschaft Da gucken wir uns mal um So ganz spontan Ein Hoch auf die Jugend Auf unsere Zeit Unterdrückung ist schon bald Vergangenheit Verlassene Hütte entdeckt Das ist auf jeden Fall ein Geheimnis Ich traue mir Ja, Schlüssel Erforderlich Liegt er hier unter der Fußmatte Zufällig? Und da gehört eine Quest dazu Und die habe ich jetzt nicht Aber ich glaube Ich habe da so eine grobe Ahnung Was das hier ist Ich erinnere mich zwar gerade nicht Wo ich die Quest dazu bekomme Aber Normalerweise sind dann hier nämlich auch Banditen oder so Na gut, lassen wir das Kann ich jetzt gerade nicht lösen Ich habe gedacht Ja gut, vielleicht ist da noch ein Anhänger drin Der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft Kann er Oh, so weit bin ich jetzt Bin ich jetzt gelatscht Diesmal gehen wir mal nach Karkromitz Ich hätte jetzt nicht gedacht Dass das so weit war Aber das Holzheim ist nicht groß Das kommt dann nur so vor Wenn man die, wenn man die Karte anschaut Da wirkt das so, so riesig Gut, dann jetzt Machen wir jetzt mal Unsere eigentliche Aufgabe fertig Und da ist auch die Metall von Tusk oder Tisk Oder so ähnlich Das ist dieses kleine Hütten Symbol Glaube ich, ne Jo Ähm Rauf da Ja Wenn ich die Kamera anders halte Sieht man wie steil das ist So steil Das ist schon klar, dass ihr da schnauft Ich mit meinem Asthma würde den Berg nicht so schnell raufrennen können Da bräuchte ich ne Weile für Was hätte ich nicht, warum Was ist Achso, das ist ein Poolpist Okay Ja, ja Ich werde nicht gewinnen Weißt du, wie oft ich das schon gehört hab Du Zausel Ich werde nicht gewinnen Aber du auch nicht Du hast es hinter dir Aber wo Frostbiss Ja, nehm ich alles mit Meins, meins, meins Gibt nicht viel Und bringt ein bisschen Kohle So, dann Ich werde nicht mehr Das ist Nichts verbessert, genau deswegen machen wir das Oh 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 Abgeschlossen läutert den Tiefenstein So, jetzt werden wir mal dieses Lager da... Oh nirgends Wir geben die Quest noch ab Damit wir das in dieser Folge abgeschlossen haben Da haben wir jetzt die Mähthalle entdeckt Hey, das ist was zum Schmiede verbessern Oder ist die jetzt einfach erledigt? Ja, die ist einfach erledigt Gut, das nächste Mal werden wir mit Nelot sprechen Hier machen wir mal Schluss Ich werde jetzt Offscreen ein bisschen aufräumen und Ordnung schaffen Und ich werde mal Offscreen gucken, ob ich Redekunst ab 35 bringen kann mit einem Trainer Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Wo sehen wir uns dann... Voraussichtlich da unten bei Tel mit drin Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal